3. Liga, 8. Spieltag, Kasslautern gegen Montag, 2.11.2020, 19 Uhr, 1. FC Kasslautern gegen Hansa Roskog, 0-0. Kasslautern, 1. FC Kasslautern gegen Hansa Roskog, 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 1. FC Kasslaut Roman Herbitt, Markus Glanzoge, Matteo Raab, Jonas Schulz, Jannik Bachmann, Henrik Zug, Elias Huth, Hansa Rosgork, Markus Klolke, Max Terben, Damian Heisenbach, Brün Ritter, 14, Trikotnummer, Max Rinder, 18, Trikotnummer, Johan Friedrich, 28, Trikotnummer, Markelika, 7, Trikotnummer, Nico Heingart, 16, Trikotnummer, Nils Binsen, 24, Trikotnummer, Jan Lümmert-Ruben, 21, Trikotnummer, Nick Olmatik, Reserverebank, Trikotnummer, 39, Park Kral, Bener, FN, Sönigburg, 30, Trikotnummer, Benpol, 10, Trikotnummer, Robbenian, Volaman, Trikotnummer, 25, Olfard, David, Trikotnummer, 27, Luca Horn, Trikotnummer, 19, Manuel Fraunabutio, 14.16,